Jo Leute, willkommen zu einem neuen kurzen Video auf meinem Kanal und in diesem Video zeige ich euch wie gewohnt den Fortnite Shop vom heutigen Tag. Und wenn ihr auch gerne jeden Tag den neuesten Shop sehen wollt, dann abonniert gerne kostenlos meinen Kanal und aktiviert auch gerne die Glocke, denn dann kriegt ihr jedes Video mit. Jetzt würde ich aber sagen, zeige ich euch direkt den neuesten Shop. Heute im Shop gibt es hier zwei neue Skins, unter anderem gibt es hier den Skin vom gestrigen Ladebildschirm, hier der Nachtland Skin. Der ist hier aus dem neuen Sturmlicht Set und auf jeden Fall ist der jetzt hier neu im Shop der Skin. Und den gibt es direkt hier in zwei Stilen, einmal Standard und dann einmal hier kein Schimmer. Dazu gibt es hier eine passende Hacke und zwar Spaltlicht, hier zeige ich mal direkt den Ton. Und dann gibt es hier auch noch eine Lackierung und zwar Essenz, hier zeige ich mal alle Modelle und ich finde, das sieht ganz nice aus, ist halt auch so animiert. Und dann gibt es auch direkt noch einen anderen Skin, den zeige ich auch mal direkt, das ist der Sonneneruption. Auch diesen gibt es in zwei Stilen, einmal Standard und dann einmal hier kein Schimmer, sieht auch ganz okay aus. Der ist ebenfalls im selben Sturmlicht Set, hierzu gibt es ebenfalls noch eine Hacke und zwar hier stahlende Axt, hier zeige ich mal ganz kurz den Ton. Und auch hier gibt es eine Lackierung zu, Kernlackierung, die ist auch animiert. Ich zeige mal ganz kurz alle Modelle, finde ich, sieht auf jeden Fall auch ganz nice aus. Finde ich sogar ehrlich gesagt ein bisschen besser. Dann gibt es noch einen neuen Gleiter, einen Saft-Leder-Gleiter, der ist hier auch im selben Set, passend halt zu den beiden Skins. Ist dann hier auch noch im Shop und das sind auch schon die vorgestellten Gegenstände hier. An der Stelle könnt ihr auch ganz kurz rechts unten hier auf Unterstützer ein Crater klicken und mein Code Deto eingeben. Würde mich auf jeden Fall mega, mega freuen. Vielen lieben Dank an jeden, der das Ganze macht. Und damit geht es auch schon zu den täglichen Gegenständen. Hier gibt es immer zwei weitere Skins, einmal hier der Cold Skin, ein sehr günstiger Skin, so ein Bergarbeiter, ganz okay. Dann gibt es hier den Schlenky Skin, den wiederum finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so besonders. Ist ja so ein Heißluft Skin, der ist ja aufgeblasen, ist eher nicht so meins. Dann gibt es daneben die magischen Schwingen, die sind hier aus dem Arcane Künste-Set und das Ganze kam ja ins Spiel bei diesem Event damals. Echt verdammt heftiger Gleiter. Und ansonsten gibt es hier einmal noch die Geisthackel, hier zeige ich mal ganz kurz den Ton. Auch schon eine sehr alte Hackel, ich finde den Ton hier ganz nice. Und dann gibt es hier immer zwei Emotes, einmal hier Träumerfüße. Ja, ganz entspanntes, lässiges Emote und dann gibt es hier noch wahres Herz. Ja, auch ein mega nices Emote und ja, das ist schon ein Shop von heute. Ich finde den Shop an sich mega nice und das war es hier schon mit diesem ganz kurzen Video. Und dann gibt es hier noch einen Shop von heute. Und dann gibt es hier noch einen Shop von heute.